Wenn man heute hier bei Book of Raffixt abgeht. Ich habe bis jetzt 100 Euro geladen. Schon zweimal dreißig davor und noch keinmal Spiele. Das ist ganz komisch. Der Waffixt. Der Waffixt ab. Der Waffixt. Der Waffixt ab. Der Waffixt ab. Das war's für heute. Komm doch mal, mein Gott, hinten das zweite Buch dreht gar nicht mehr nach, es ist ja immer nur eins komischerweise, bestimmt neu gefixt worden Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schmerz, Schmerz, Schmerz 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wie immer standhaft, immer fest. Das ist der Todestrakt da oben. Das wollte ich gerade sagen. Ja, vor allen Dingen, der geht 300 Milliarden mal rein, aber da kriegst du keinen 50er zusammen. Obwohl der jetzt schon 10, 12 Mal drin war. Das ist heftig, Mann. Vielleicht jetzt. Da ist die Wende. Wupp. Sau, Kerl. Vielleicht hat der Bad vor. Ja. Ja, weiß man noch nicht, Alter. Du sagst doch immer, wenn er sich lange hält. Das sag ich ja eigentlich auch immer. Wenn er dich vögeln will, dann hätte er sich schon längst rasiert, Mann. Das Problem ist da bei dir, der zeigt keine Wappen. Du kommst ja da gar nicht voran. Ja, der Logo, der ist weg vom Fenster. Da ist die Messe gelesen. Oh Gott, stopp Leute, ich muss mal den Fix dahin laden. Ja, muss jetzt kommen wir. So, okay. Ja, das ist okay, Lange ja. Die Wiesenrohrspatze. Du hättest eigentlich so am Läufen erlebt, ne? Aber das finde ich ja sehr gut. Aber bringt ja nix, kommt ja nix, Alter. Der ist drin. Ach du Scheiße. Einen runtergelutscht. Dann haben wir doch schnell unterwegs, ey. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hält sich hier noch ein bisschen. Ich muss wieder rüber. Ich muss mal buchen. Meine Frisse. Aber Cizone? Cizone ist super, Alter. Das sind Spiele, Junge. So, in den nächsten 2 Minuten geht hier einer rein. Der Countdown läuft. Oh, fast. Ja, Poppy, was sagst du dazu? Zu deiner Cizone? Noch schlimmer. Schlimmer? Warum schlimmer? Der bleibt doch die ganze Zeit beim Gleichen. Ja, du bist fertig. Ja, du bist fertig. Gib mal eine frische Luft, Junge. Leg ich doch mal eine Stunde hin. Ich geh noch mal buchen, ey. Patsch? Nein. Guck dir, dann ist Schummersteufel hier. Na, pssch, pssch. Die kleine dicke Rose, wie wolltest du denn hören? Ja, das ist echt eine stinkende Rose, du. Aber der fällt da runter die 60er-Marke, ne? Meinst du? Ja, dein Sandra. Da hat er uns lange verrascht. Ich habe die Stunde mit dir. Eine gute Eikere. Oder war die Karin? Faktivien, ja. Oh ja. Du hast eine dreckige Fake-Kiste. Das ist eine dreckige Fake-Kiste, die ich auch. Ach. Fake-Kisten, alles Fake-Kisten, ist nur die eine. Schauen wir mal. Oh, Kleinkram da. Ich muss kurz abbrechen, weil die... ...tante hier rumlief. So, bis 40. Er ist drin. Er ist drin, der Saukerl. Nur jetzt Beheilung, der Poppy ist grad nicht da. Der jetzt um die Ecke hier kommt, ist das Spiel sofort vorbei. Es ist wie Tilt. Der ist ja, Poppy. Du musst dich, oder? Nein. Nix. Ich hab im Video noch gesagt, wenn der Poppy jetzt kommt, ist das alles vorbei. Guck, direkt. Totalschaden jetzt. Ich hab im Video noch eine Ladekabel, Digga. Mach das. Totalschaden weiter. Dank Poppy. Alten Schmutzfeier. Großes Schwert für eine Drehung. Na klar. Ist nur schöner Gold für gar nix. 3,60 Euro, ey. Du hast das Kölb in der Rose, Junge. Du hast das Kölb in der Rose, Junge. Kölb in der Rose, Junge, Junge, Junge. Du hast das Kölb in der Rose, Junge. Du hast die Zettel. Du hast die Zettel, ne? Gebt das Kölb in der Rose, oder? Logisch. Komm jetzt, Baby. Jetzt muss das Schwert kommen, dann ist es vorbei. Was meckt der hier, Alter? Das ist nicht normal, ehrlich. Aber ist da nichts, Mann. Oh, 60 Euro. 60 Eier, ne? Das ist ja schon wieder auf dem Logo. Da haben wir noch ein Schwert reingetan, Sonke. Ein paar 18 AGs. Komm, Alter, jetzt. Jetzt spürt's. Das ist ein Messer gelesen hier. Wo ist das? Meine Güte, das hat das Display gemacht. Komm, knall mal eins daneben, ey. Messer ist gelesen. Na klar. Für den Schmutz hier noch. Kannst du auch zufrieden sein? Weiß ich schon, ja. Mal die Königin gekriegt, sonst wär auch nichts passiert. Ist so. Ja, Leute, ich mach mal stoppen. Ich mach immer noch Start jetzt, falls was kommt. So, Leute, machen wir noch ein Minütchen hier und fahren mal einen neuen Part an. 17 Minuten ist okay. Reicht erstmal. Zweiter Part folgt sowieso. Ja, viel Spaß und abonnieren nicht vergessen. Liken und kommentieren. Macht es gut.